Das erste Rechengesetz, das du draufhaben solltest, für die Grundrechenarten plus, minus, mal geteilt durch, ist das Kommutativgesetz. Das heißt einfach so viel wie, dass die Vertauschung erlaubt ist. Benutzen kannst du das Kommutativgesetz bei der Addition, beim Plusrechnen und bei der Multiplikation, beim Malrechnen. Für die Addition sieht das Kommutativgesetz so hier aus. a plus b ist gleich b plus a. Siehst du das? Die Reihenfolge der Summanden darf vertauscht werden. Vorteilhaft ist das zum Beispiel, wenn du mal Zahlen addieren sollst, wobei dir die Reihenfolge der Summanden, sagen wir mal, nicht so gut gefällt. Hier zum Beispiel, ich habe gerade wenig Lust, in exakt dieser Reihenfolge diese ganzen Summanden zusammenzufassen. Viel lieber würde ich erst einmal diese 37 und diese 13 zusammenfassen, weil 7 plus 3 einen vollen 10er ergibt. Und das Kommutativgesetz sagt, na dann mach es doch einfach. 7 plus 3 ist ein voller 10er. Mit diesem 10er und diesem 30er haben wir in Summe eine 50. Und genauso gut können wir diese beiden zusammenfassen. Okay, jetzt fragst du dich vielleicht, Moment mal, das Kommutativgesetz geht doch jetzt aber hier nur für das Pluszeichen. Warum steht hier ein Minus? Das ist kein Problem, denn jede Subtraktion ist auch eine Addition. Und zwar ist eine Subtraktion nur eine Addition mit einer negativen Zahl. Und dann funktioniert das Ganze wieder. Jetzt können wir die hier beiden nämlich zusammenfassen. Und da haben wir dann einfach 49 minus 28. Naja, 9 minus 8 ist eine 1 und 40 minus 20 ist eine 20. Und im Endeffekt müssen wir nur noch diese beiden Zahlen zusammenaddieren und wir haben raus 71. Diese Reihenfolge gefällt mir wesentlich besser als diese Originalreihenfolge. Aber das Kommutativgesetz geht auch für die Multiplikation, einfach indem wir das Pluszeichen durch ein Malzeichen ersetzen. Wisst du das? A mal B ist gleich B mal A. Das erkennt man vielleicht auch schon an dieser Grundstruktur von Addition und Multiplikation. Man nennt nämlich diese beiden Objekte hier Summanden und diese beiden nennt man Faktoren. Naja, die heißen deshalb gleich, weil die Vertauschung genau zum gleichen Ergebnis führt. Also wenn du zum Beispiel mal sowas berechnen sollst wie 5 mal 9 mal 8, dann habe ich gerade wenig Lust in exakt dieser Reihenfolge hier zu multiplizieren. 5 mal 9 irgendwie 45, 9 mal 8 irgendwie 72, irgendwie gefällt mir das alles nicht. Viel lieber würde ich erst die 5 und die 8 miteinander multiplizieren, also die Reihenfolge vertauschen. Denn da weiß ich, das ist ein voller 40er und 4 mal 9, das gehört sogar zum kleinen 1 mal 1. Na, 4 mal 9, das ist ja gerade 36. Und diese 0, die dahinter steht, die wird einfach hinten dran gehangen. 360. Deswegen ist das Kommutativgesetz so praktisch. Tatsächlich klappt das Kommutativgesetz aber auch noch für andere Rechenarten. Nicht nur für Plus und Mal, aber eben für keine weiteren Grundrechenarten. Also das Minus konnten wir auf schlaue Weise ein bisschen umgehen, weil ja Subtraktion einfach nur eine Addition ist. Aber für die Division klappt das nicht. Später, je nachdem wie tief du in die Mathematik eintauchst, gibt es aber auch noch andere Rechenoperationen, für die auch das Kommutativgesetz gilt. Hey, ich hoffe das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich zufällig demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere Online-Kurse von mir zur Klausurvorbereitung verlinkt, mit denen schon mittlerweile über 3000 Studenten ihre Prüfungen bestanden haben. Wenn dir das Video weitergeholfen hat oder du möchtest, dass in Zukunft weitere Content erscheint, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.